der dritte punkt oder das dritte kriterium woran du an den richtigen mann erkennst ist die kommunikation zwischen euch warum weil das macht eine reife beziehung aus das macht eine gute beziehung aus das macht eine starke beziehung aus und das macht vor allem eine verständnisvolle beziehung aus dass wenn menschen miteinander offen kommunizieren miteinander offen sprechen und auch offen sprechen können weil sie wissen der partner verurteilt nicht und versucht zu helfen oder ist da oder hört einfach nur zu manchmal braucht es auch keine ratschläge manchmal braucht man einfach nur jemand der zuhört dementsprechend kommunikation wenn sie qualitativ ist wenn sie offen ist wenn sie ehrlich ist werdet ihr eine sehr 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 qualitative beziehung führen ihr werdet eine sehr sehr gute beziehung führen ihr werdet eine beziehung führen wo keiner sich zurückhalten muss weil er sich nicht traut etwas anzusprechen eine beziehung die euch weiter bringt eine beziehung wo ihr auch euren partner richtig kennenlernt viele kommen zu mir nach fünf jahren sechs jahren beziehung und sagen ja ich wusste gar nicht dass mein partner so ist ich habe diese seite gar nicht gekannt ich wusste gar nicht dass er diese probleme hat ich wusste gar nicht dass er sich diese aggression hat ich wusste gar nicht dass sie so eifersüchtig ist warum dann sagen die ja das deswegen weil ihr habt so und so die so und so nein fehlende kommunikation leute fehlende kommunikation leute okay merkt euch fehlende kommunikation diese fehlende kommunikation erzeugt eine leere zwischen zwei menschen wenn kommunikation fehlt leute entsteht eine leere zwischen zwei menschen da sind stellt euch vor stellt euch vor ich sage euch wie eine beziehung aussieht ohne kommunikation okay ich brauche mal so ein grafikprogramm oder so wo ich euch das aufzeichnen kann geht sowas wartet so freunde eine beziehung ohne kommunikation ist wie zwei hochleistungs pc's ja geile zeichnung zwei hochleistungs pc's sagen wir mal wie sagt man 4k pc ok 4k pc's beide 4k pc's keine ahnung warum wir diese nennen aber wir nennen die mal so weil das nach hochleistung und ganz viel power klingt so diese pc's sind beide richtig gut diesen richtig schnell diesen richtig leistungsweg diesen richtig krass aber ohne austausch ohne austausch oder ohne beispielsweise das internet bringen diese pc's vor allem wenn wenn du gaming kannst alles dies das bringt das einfach gar nichts aus ein geiler globus so stellt euch vor euch fehlt hier einfach ein kabel ins internet dass diese pc's verbindet diese pc's könnten tag und nacht miteinander zocken man kann spaß haben man könnte dies und das machen sich austauschen sich gegenseitig video schicken dies dass sich freuen und so weiter und so fort zusammen filme gucken geht nicht wenn dieses kabel ja dieses kabel oder dieses wlan wenn die verbindung zum internet nicht da ist ok geht nicht wenn das nicht da ist kommunikation ja man kann ja einfach schreiben kommunikation nicht da ist dann bringen diese zwei pc ist so hochleistungs pc's bringen einfach nichts so ich glaube bilder verdeutlichen das ganze noch mal ohne kommunikation bringt bei diesen pc ist einfach nichts weil sie sich nicht verbinden können sie können sich nicht austauschen sie können nicht zusammenzocken sie können nicht zusammen sich schreiben und so weiter und so fort das ist kommunikation nichts anderes klar jeder einzelne ist für sich super aber sie werden sich nie austauschen können und sie werden sich auch nie im klaren sein können was beim anderen läuft wenn keine kommunikation vorhanden das leute ok dementsprechend heute wirklich versucht wirklich die kommunikation zu verbessern qualitativer zu machen schöner zu machen auch was ganz wichtig ist wenn ihr schon versucht ihre kommunikation zu verbessern aber ich versuche vielleicht zwei tipps das erste ist lasst die person aus lasst die person einfach nur aussprechen lasst sie aussprechen fall der person nicht ins wort ich sage immer sind die kindergarten regeln sind die zwei kindergarten regeln ja zwei kindergarten regeln die kaum jemand heutzutage von erwachsenen gefolgt was war eine kindergarten regeln was war eine kindergarten regeln bessere kommunikation gucken wir noch mal so so kommunikation verbessern wie macht man das mit mit was mit der kindergarten regeln gehen da garten regeln sagen wir mal ja durch durch zwei kindergarten regeln nichts anderes kommunikation verbessern mit zwei kindergarten regeln erstens ja erstens ein wunderschönes ohr geht aus wie 23 geil das war auf jeden fall erstens zu hören ja beziehungsweise aussprechen lassen ok erste regel zu hören und aussprechen lassen ok zweite regel was denkt ihr was die zweite regeln wort im kindergarten habt im kindergarten auf was leute was ist die zweite regel leute dazu so machen schön mund hier so auf jeden fall lippen wie von die lade jedenfalls keine vorwürfe keine beleidigungen easy keine vorwürfe keine beleidigungen leute kommunikation verbessern durch zwei kindergarten regeln erstens zu hören und aussprechen lassen zweitens keine vorwürfe keine beleidigungen beleidigen beleidigungen dürften eh nicht so relevant sein an normalen erwachsenen beziehungen aber vorwürfe macht man sehr sehr gerne und vorwürfe verschließen menschen vorwürfe verschließen menschen leute menschen blocken ab wenn ihr vorwürfe macht selbst der korrekteste freundlichste aufmerksamste menschen wird irgendwann ablocken wenn ihm ständig mit vorwürfen begegnet keine vorwürfe leute ok beleidigungen sind eh nicht so krass relevant aber merkt euch auch keine beleidigungen nichts mit idiot nicht arschloch nicht fotzen nicht wichser nicht dummkopf oder sonstiges keine beleidigungen und keine vorwürfe ok so kommunikation verbessern durch zwei kindergarten regeln und wichtig ist dass kommunikation ohne dass hier diese verbindung hier nicht funktioniert ja oder wenn nur einer plappert und der andere die verbindung gar nicht hergestellt hat bockt auch nicht dann kommt auch nichts an ihr kennt das auf whatsapp nur ein haken ihr wisst läuft nicht ok so was haben wir noch so